Hallo, ich bin Yassam. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Syrien. Hallo, ich bin Lisa. Ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Deutschland. Hallo, ich bin Hassam. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Syrien. Ich finde, dass mehr Kinder und Jugendliche ins Zirkus kommen sollen, weil es erstmal Spaß macht. Und man kann zum Beispiel verschiedene Sachen ausprobieren, wie Kugeln, Tuch, Airtrack, Trampolin. Ja, und dadurch wird man automatisch sportlicher. Ich bin schon ziemlich lange dabei, seit ich, bestimmt, ich glaube jetzt zehn Jahre, seit ich sechs bin. Und mich kennen schon so viele Leute und alles immer, hallo, hallo, ach, einfach hallo. Aber selbst wenn das nicht so ist, als ich hier das erste Mal gekommen bin und gesagt habe, ich würde gerne in die Jugendgruppe, dann hatten die gerade, es war vor den Sommerferien, die haben gegrillt. Und ich habe dann gesagt, hallo, war mir so schüchtern, ich wollte nicht stören, aber ich würde gerne mal fragen. Und dann, ja, komm her, setz dich hin, wir stellen dir alle vor, natürlich kannst du dabei sein. Irgendwie rede mit uns, quatsch mit uns, komm nächstes Training. So total offen und nett und man hat das Gefühl, man wird einfach so gemocht. Die wollen einen dabei haben und das ist ein schönes Gefühl. Schöne Erfahrung und schöne Gemeinschaft, wenn einen alle motivieren und sagen, du hast das super gemacht. Wenn man aufgeregt ist und alle sagen, ja, ich auch, ich auch, ich bin auch so aufgeregt, guck mal, was ich muss jetzt machen. Ja, ich helfe dir und es ist eine schöne Gemeinschaft. Man hat ein mega cooles Team, man kann sich immer auf alle anderen verlassen und es sind einfach so viele, so coole Leute, die man kennenlernt. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und man lernt auch, dass man vor anderen Leuten sich nicht schämen muss, beziehungsweise einfach, dass man mutig wird und auf die Bühne geht, auch wenn man so ein tolles Team hinter sich hat. Ich finde, es sollten viele Kinder, neue Kinder zum Zirkus hier kommen. Ich finde, es sollten viele Kinder, neue Kinder zum Zirkus hier kommen. Wir haben hier vieles, beziehungsweise Teamfähigkeit, neue Freunde, neue Menschen, Training, Sport, also man lernt richtig vieles hier bei uns. Und außerdem finde ich, dass unsere Trainer wirklich richtig gut sind. Warum ich auch wirklich allen, allen empfehlen würde, zu Cabo Vazi dazuzukommen, ist erstens natürlich, weil es eine super nette Gruppe ist und man wird so akzeptiert, wie man ist. Man muss sich nicht verstellen und man lernt das, was man kann oder was man lernen möchte. Man kann es sich aussuchen, man ist da so sehr frei. Und es macht einfach viel Spaß. Musik Gleich geht's los, es ist so weit. Auch die Jungs sind unsere Zeit. Leitig ist so weiß es. Alle Leute sind gleich links. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Großartext25 Are you with Terrific